Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Raft. Ja, wir müssen hier noch auf der Insel ein paar Bäume fällen, weil wir jede Menge Holz brauchen. Nur die Palmen-Dinger da, die Palmenblätter, können wir wegschmeißen. Die packen wir mal hier hin. So, die Samen können wir wegschmeißen, die Samen können wir wegschmeißen, die Samen können wir wegschmeißen, die Samen können wir wegschmeißen. So, und wir brauchen noch weiter ein Holz. Wenn wir das jetzt mal aufmachen, was kriegen wir? Metall-Laterne. Oh, geil. Neue Laterne. Jetzt bin ich gespannt, was wir gleich alles noch an Essen haben. Ähm. Drecksviech. Warum muss der Mia so auf den Sack gehen? Alle gehen mir hier auf den Sack von den Tieren. Alle wollen mich angreifen. Und ich muss auch mal schauen, dass ich vielleicht auch mal bessere Pfeile oder einen besseren Bogen kriege. So ein Baurezept irgendwo. Da haben wir wieder einen neuen Baum. Ah, das ist der von vorhin. Den geht ja auch rein. Taufel. Bolzen, Metallbarten. Und das? Höhlenpilz. Können wir mit den Höhlenpilzen machen. Ja, das war wohl nichts, ne? Vogel. Wir müssen für den Vogel uns auch noch irgendwie einen Namen ausdenken. Hier, der, der Hai, der heißt ja Boris. Würde ich sagen, den Vogel. Den Vogel nennen wir Kevin. Ich finde, Kevin ist ein guter Name. Ich bin Vogel. Ich hoffe, kein Kevin, der hier zuschaut, fühlt sich als getriggert oder so. Ist nur Spaß alles. So, da vorne gibt's noch. Ja, gehen wir nicht auf den Sack. So, dann wollen wir jetzt mal eben noch schnell was essen. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen rennen. Ah, hier warte. Pilze. Äh, guck, das muss man eigentlich. Und jetzt ordentlich was essen. Könnt der attackiert uns jetzt nicht. Guck mal, die Hungeranzeige da. Älter wird die jetzt wieder voll. Nur allein an Kokosnüsse. Es ist schade, dass wir nicht mehr hatten, aber... Kann man jetzt leider nichts ändern. Wir haben noch mehr Kokosnüsse. Nice. Und hier noch ein Baum. Ah, da ist noch einer. Bitte komm jetzt nicht zu mir, der Vogel. So, wie viel Holz haben wir jetzt? 61. Müssen wir mal schauen, dass wir jetzt gleich mal eine Schaufel bauen oder so. Können wir das direkt da einsammeln. Aua. Ich hab's gespürt, Kevin. Das hat wehgetan. Okay, da oben haben wir wieder einen neuen Baum. So, dann müssen wir noch einmal wieder kurz zurück. So, die schmeißen wir weg. Ja, du, renn mal. Oh, dir ist noch ein Baum. Wenn wir mitnehmen können. Ja, dann brauchen wir jetzt eine Schaufel. Dann suchen wir noch mal die Höhle, den Höhleneingang. Brauchen wir die jetzt wahr? Ich glaub, die finden wir wieder. Ich glaub, da vorne war die. Sieht so ein bisschen nach Höhleneingang aus. Ja. Hier haben wir sie. Lass mal das alles mitnehmen. Schmutz und Scharnier haben wir gefunden. Geil. Ich weiß nicht, was wir noch darunter finden. Schrott auch noch. Nagel. Nochmal Schrott. Aber was können wir mit dem Schmutz eigentlich alles machen? Keine Ahnung. Wir können jetzt langsam wieder zurück aufs Schiff, aufs Boot. Wir haben hier jetzt genug gelootet. Wohl den, ein Vogel, würde ich zu gerne Ferry machen. Und der geht mir richtig auf den Senkel. Nicht wundern, warum ich jetzt gerade so komisch laufe. Ich muss eben noch trinken. Weil ich bin ein sehr, sehr durstiger Mann. Nein. Oder ist jetzt nicht du auch noch? Sag da mal. Hier. So. Mutz. Forschen. Wiese haben wir erforscht. Okay. Warte mal. Hier hatten wir ja einen Lama. Können wir den vielleicht irgendwie schnipp machen? So. Direkt packen wir auch mal hier rein. Nägel. Nein. Hier Scharnier. Oh, danke. Warte mal. Die machen wir hier. Die hier schon mal rein. Plottsch hier auch nochmal. Zusammen packen wir mal gleich weg. So. Und weg damit. Die brauchen wir ja nicht. Die Scherde wollten wir bauen. Komm. Oh. Ah. So. Genau. Hier müssen wir noch. Und Schere. Metallbahn. Starnier. Schrott. Dann versuchen wir mal. Suchen wir uns mal einen Lama. Ich glaube, den können wir schnippeln. Da ist einer. Ich glaube, wir müssen uns ganz langsam dranschleichen. Oder auch nicht. Komm. Will ich schnippeln. Komm her. Wo ist das Ding wieder? Komm. Was ist das? Nee. Nee. Weg. 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 Wo ist denn das Lama hin? Wir sind. Weg. Weg. Ah, toll. Okay, können wir vergessen mit Schnippeln wahrscheinlich. Wenn der Drecksvogel hier ist. Aber dann können wir wenigstens weiter reisen. Und weiter aufbauen. Unser kleines Schiff. So. Dann den hier weg. Den hier hoch. Die ist dann vielleicht doch noch mal. So. Können wir den hier weiter nochmal hier reinpacken? Können wir nicht erforschen. Okay. Aber dann würde ich sagen, ich schnappe uns erst mal so ein ganzes Holz hier wieder. Das machen wir so. 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 Ähm. Toll. Oh, so. ja an sich finde ich jetzt schon klar dies hier auch warte mal dann wollen wir schon mal schauen dass wir hier vielleicht sowas in der richtung schon anfangen da brauchen wir drei nägel jeweils okay dann müssen wir uns paar nägel kraften noch mal ein paar planken haben wir keine planken wir haben aber das hier noch mal hierhin unsere leiste hier unten ist aber auch schon voll ach so wir haben hier ja noch was zu essen jetzt lecken wir uns mal die ganzen kokosnüsse weg erst oben dann können wir die hier auch mal essen oder warte können wir die hier vielleicht erforschen so und oder warte mal wir schauen mal hier wenn wir den hier hin bauen machen wir erstmal so hier kommt der erste hin würde ich sagen hier kommt noch einer hin hier und hier und hier und hier da kommen wieder fässer immer wieder verplanten wie schnell wir aber hierfür jetzt ganzen planken verbraucht haben die palmenblätter weg damit da müssten wir jetzt hier auch nochmal einbauen können und hier noch ein und hier noch ein machen wir hier eben wir müssen uns das mal anders überlegen da kommt eine kiste und los ja den werden wir schaffen weg damit ok hier könnten wir rein theoretisch auch ich würde sagen wir machen lieber einen ach so da kann ich nicht ja dann machen wir hier dann machen wir danach eigentlich hier also den haben wir erwischt die beiden tauschen wir einmal ganz kurz dann schauen wir mal an was wir bekommen haben wieder einen neuen tisch jetzt will ich wissen wie viele tische können wir jetzt machen hier 1 2 3 4 und dann hier 1 2 3 das mit tischen das wieder auf echt größenwahnsinnig hier ok was auch eine idee wäre wenn wir hier jetzt noch ein machen und hier haben wir hier ja noch diese beiden das beispiel so das beispiel so das mal eher so was nutzen wir machen ja jetzt eh ok den da kommt jetzt haben wir ein paar besser vorbeifahren lassen oder doch nicht aber die haben hier wieder sowas da haben wir einen vorbeifahren lassen den brauchen wir da du gehörst mir der hei kann mich nicht davon aufhalten das ist meiner wo ist mein boot da du hältst mich nicht auf das ist mein fass mein fass mein fass und so und den kriegen wir auch bestimmte ja geil weg damit dann brauchen wir hier genau hier noch einen und hier noch einen und dann fangen wir damit hier an ich glaube das wird am meisten sinn machen wenn wir hier sowas machen da haben wir wieder ein floß aber ich glaube die dinger sind mir lieber gerade als ein floß weil teile haben wir jetzt erstmal genug und holz ist mir jetzt erst einmal wichtiger die kommen wir nicht ran vielleicht so warum den da heißt auch bodos ja halt die klappe bodos bodos du kannst immer ha 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 geschafft hier frisst salat was hat amazon mir jetzt wohl geliefert eine neue flagge finland sieht das aus so machen wir hier so müssen wir darin auch noch eine machen warte mal wenn wir hier nochmal die kleinere machen ist genau dasselbe ok wird nichts bringen oder ein bisschen zumindest vielleicht keine ahnung und so und jetzt kriegen wir sie und weg damit anker lichten oder du kannst mich nicht fressen unter wasser schießen auf bodos wo auch immer der jetzt ist ne ne funktioniert nicht krade krade so jetzt musst du ah ja mal gut vor und und so jetzt ein bisschen leben aufladen können wir auch vielleicht eine mango fressen oder ein paar mehr da bis das ding hier untergegangen ist bis das ding hier untergegangen ist hier wurde es grad nicht keine ahnung wo das gerade ist ach ne boah das war aber knapp leck mich boris leckt mich ja wollen wir hier wieder geht's weiter so dann würde ich sagen machen wir mal lieber bis hier ah ah ok aber hier macht man schon mal die erste überdachung dann paket nice bücher stapel was passiert wenn wir pilze essen ok die sind aber schon auch ordentlich satt sagen wir die packen wir mal hier tauschen dort mal aus gegen die pilze ah pilze können wir nur so essen ok dann die Kartoffeln packen wir mal drauf ok ja den haben wir ja den haben wir 5 kommen wir mal aus bis das ist der nicht sondern die überlegen, wie wir das dann genauer hier machen. Wenn hier die Überdachung ist, sollen hier ja die Türen sein, irgendwie. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir machen erstmal hier einfach eine Überdachung. Sobald wir die haben, schauen wir mal weiter. Ah, schade. Ich dachte, wir klappen. Danken. Nein. Den habe ich jetzt nicht geschafft. Weg damit. Ach, hier kann ich keinen bauen? Okay. Wundert mich schon, warum ich hier keinen bauen kann. Muss hier vielleicht sowas hin. Vorher. Ja, würde ich sagen, dass hier eher sowas hingehört. Machen wir ein paar Nägel. Da brauchen wir noch mal ein bisschen Holz. Nein, komm. Da kommt noch Holz. Und hier. Komm, komm. Dann muss es doch hier jetzt irgendwie gehen, oder nicht? Hä? Aha, okay. So würde es funktionieren. Warum auch immer so, aber... Den will ich haben. Den kriegen wir so nicht anders. Okay, komm. Nee, Boris. Den müssen wir auch noch haben. Und... Komm, 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 komm. Ja! Haben wir geschafft. So. Haben wir uns die? Ja, wir haben ihn. Und die Blanke auch noch. So, die da hinten müssen wir auch noch entkriegen. Alles. Und jetzt. Ja, geil. Und so. Ja, Mann. Das ist nämlich Bombenarbeit. Na, den könnten wir auch noch kriegen. Ah, geil. So, das heißt, wir können... Können hier... Auch eigentlich... So machen. Hier können wir auch... So machen dann jetzt. Und... Und... So. Da würde ich dann lieber... Kleineren nehmen. So. So. Hoppla. Und für hier... Den... Längeren. Aber hier würde auch so der... Längere mehr Sinn machen. Jetzt brauchen wir wieder was Sprott. Gucken wir, Nägel. Dann machen wir erst mal so. Und so. Können wir hier dasselbe noch mal machen. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Aber dann lassen wir es erst mal hier. Und dann würde ich sagen, für diese Aufnahmesession war es das dann. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. In der nächsten Folge werden wir hier dann mal weiterbauen. Überlege ich mir, was wir dann da machen. Aber... Ja. Mal sehen, wie die argonische Might hier... sich weiterentwickelt. Ich bin's, euer Max Adeus. Und... Ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. 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 Ich bin's. Ich bin's.